Hallo, ich bin Beni und mache meine Lehre als Informatiker EFZ bei der Suner-Gruppe. Suner ist ein internationales tätiges Unternehmen mit mehreren Standorten, auch im Ausland. Wenn du jetzt Lust hast, mehr über meine Ausbildung zu erfahren, komm doch mit! Während meiner vierjährigen Ausbildung bin ich verantwortlich für den Aufbau und die Wartung der Informatiksysteme. Ich installiere Computer, Server und Netzwerke und führe Software-Installationen durch. Zudem bin ich für den Unterhalt von Hardware, Software und der weltweiten Netzwerkinfrastruktur sowie für das Beheben der Störungen zuständig. Das Kulade Informatiker-Lehr bei Suner ist, dass wir von der Schweiz aus für alle unsere Standorte weltweit zuständig sind. Jedes Jahr finden zwei Lehrlingsausflüge statt, wo alle Lernenden von der Suner-Gruppe zusammenkommen. Dort unternehmen wir vieles zusammen an einem Tag, was uns viel Spass macht. Speziell an meinem Lehrbetrieb ist auch das Lehrlingslager, das einmal alle drei Jahre stattfindet. Bei IT-Problemen bin ich die erste Anlaufstelle. Somit helfe ich unseren Mitarbeitern bei Computerproblemen, wie zum Beispiel bei einer Störung mit unserem Telefonsystem Skype for Business. Jetzt hast du einen Einblick in meinen Arbeitsalltag bekommen. Wenn du Lust hast auf eine coole Lehre mit einem tollen Team, dann bewirb dich jetzt. – Ihr Kardash aus et cetera – – Bis zum nächsten Mal.